Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 30. Spieltag mit den Predictions der Barmer Pro A 2. Bundesliga im Basketball. Los geht's, alle Spieler live auf Sport Deutschland TV. Heute um 19 Uhr ART Giants Düsseldorf unterliegen die VfL Sparkassen Stars Bochum 87 zu 99. Dann die Jobsters Gießen 46ers gewinnen gegen Tigers Tübingen 87 zu 68. Dann um 19.30 Uhr PS Karlsruhe Lines verlegen gegen WWU Baskets Münster 77 zu 85. Dann die Römer Strom Gladiators Trier gegen die Uni Baskets Paderborn. Das Ganze geht 66 zu 98 aus wie die Uni Baskets Paderborn. Herzlichen Glückwunsch! Dann Atlant Dragons gewinnen gegen Eisbären Bremerhaven 88 zu 66. Um 20 Uhr VfL Kirchheim Nals verlegen gegen WIH Penders Schwemming 88 zu 99. Und morgen um 16 Uhr Bayern 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 SC Jena 98 zu 66. Und um 18 Uhr Dresden Titans unterliegen die Rasterwächter 71 zu 88. So, das war's vom 30. Spieltag der Barmer. 2. Basketball-Bundesliga. Saison 20, 22, 23. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Dörfchen nach oben nach, vergisst kein Abo, dann nimmst das Glöckchen. Das nicht vergessen, und wenn es euch gewinnt, dann verpasst ihr gar keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann, gut. Tipp auf schöne Ostern und ciao.